Was? 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 Wir sammeln mit Jenny, Vyfe und Gabba. Jo! Ja, wo ist? Reloading! Anseil! Und los! Eieiei! Ich werde noch unter diesen Chaoten hier sterben! Gott, ich hasse dieses Wort! Jo, los, weg! Hipster's weg! Chaoten! Ich hab da schon angefangen mitzuleben! Kannst du hier noch schießen? Das ist der Kacke, oder? Ich geh allein runter! Bleib hier oben! Ich geh allein runter! Bleib oben! Das lauscht der Story! Alter! Bleib oben! Was willst du noch? Hä? Beweg dich! Ne, wir könnten auch einfach runter direkt! Was ich für den Aim hab, ne? Ich hab die von hinten getroffen! Hahaha! Kann ich auch! Hier, wie kann man hier runter? Oder? Nein! Das sind zwei von die Kleider, die reden! Hä? Ich hab gerade Orientierungsprobleme! Mädels, komm hier rein! Bleib da stehen! Bleib einfach da stehen! Und mach einfach nichts mehr! Genau! Ich würde sagen, wir wissen, wie es aussieht, wir sollten gleich einen Tank mit Benzin füllen, das heißt, wir gehen immer in Zweiergruppen los! Ich geh mit Jenny! Ich hab Angst vor euch beiden! Ich hab Angst vor euch beiden! Ich geh auch nicht mit Gabba! Ich geh auch nicht mit Gabba! Pfeil! 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 Nein! Nein! Oh, es kommt! Drück Nein! Passt! Er hat echt Ja gestimmt! Du! Nein! Nein! Bleib einfach nicht! Können wir erstmal anfangen? Ja! Ja! Schlag dich gleich! Du scheiß Penner! Okay! Das heißt, Gaba und ich, das heißt, Gaba geht alleine und wir beide gehen und schitten! Ich geh so erstmal! Ihr seid echt der Hammer! Wisst ihr das? Ich bin nicht dafür! Das ist eine gute Idee! Och nö! Was ist denn los jetzt? Ah, hier ist, Leute, hier ist eine M4! Für alle, die M4s mögen! Ich mag sie nicht! Kommt einer mit mir mit? Ich dachte, wir teilen uns in Gruppen auf! Wo bist du denn? Geh mal kurz und zurück! Wie soll ein Gaba? Ich stehe hier hinten! Immer noch! Komm mal hierher! Zu uns! Komm mal hierher! Komm mal her! Komm mal her! Komm mal mit! Dann nehmen wir denn die Hände aus! Du siehst ja die ganzen roten, äh, weißen Punkte! Die ganzen roten Punkte siehst du, oder? Ja! Ich versuche jetzt, ich glaub jetzt mit Timo mit! Weil die anderen das ja irgendwie nicht... ...gebacken kriegt! Na, hier nicht! Werde mir keiner... Ich komm doch schon gerade! Aber wenn du mir keiner spielen willst, dann kannst du dir alleine laufen! Bis euch doch alle noch zählen! Nein, 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 dann geh ich halt alleine! Nein, nein, nein! Was macht ihr jetzt einfach mir? Das ist so ein Knorra hier! Habt ihr eigentlich gute Probleme? Habt ihr eigentlich gute Probleme? Dabei hinter mir sind ein paar, kannst du die bitte umlegen? Das war einer! Das war genau einer! Ja! Ja, das ist eine Herausforderung für dich! Deswegen hab ich gleich einen Fall! Rausen! Ja! Soll ich schon mal hinten links reingehen? Wo die ganzen Leute... Ja, holen wir am besten schon mal alle... Zoe hat's bitte geschüttelt! Ähm... Ja! Ja! Gut, dass mir keiner hilft von euch! Ja, ihr seid's glücklich! Wolltest du alleine gehen! Nein! Ihr habt nicht zum alleinigen Verzöger! Soll ich der Beste bin! Ganz einfach! Okay, komm Danny! Nee, jetzt fuhr wir da hinten! Wo 5 Grad umhängt! Ei, ei! Wo, Robberme! 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 5! Guck mal her! 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 Machst du beide Parallelen oder was? Guck mal her! 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 Ich hab' geistrig! Nein, Scheibenhonig! Nein, Scheibenhonig! Guck mal her! Warte, hier müsstest du vielleicht irgendwie ein Tank aufkreuzen! Aufpassen! Ja, ich hör' ihn schon! Hey, hey Danny! Schön, wir sind ja alles auf dir! Und ich mach' eine super 2 auf 1! Ich muss los bei euch! Tschüss! Aua! Guck mal her! Ja, komm, schmeiß runter! Ach! Ich bin da! Oh! mit so einfach so an den Fallen ist Laser Upgrade da hinten ich weiß nicht ist der Tank schon tot oder was? Nee ich hasse die Laser Äh die gibt's hier jetzt Laser Upgrades Das ist ja Endlaser Voll lame Ah ich guck mal die war Ja ja ich guck schon nicht schon hinter Hm Ahm Ich schmeiß hier noch beide runter Nein Nein Tut den ihr da? Was noch einer? Ich glaub's nicht So Ja zwei Fallfeld Ähm Die kommen wieder hoch Katastrophenanahmen Ah ist das da hinten Ich schau mal was sie ausgekatert Die machen wir So Timo 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 Tiff fix nochmal ganz im Ernst Was tust du eigentlich? Ich helfe Jenny das hier uns helfen dann? Wow ganz im Ernst Was hab ich dir jetzt schon wieder gemacht? Ich helfe dir ne? Du helfst dir ne? Ja länger durch als Jenny Also war's doch vernünftig erst dir auszuhelfen Nein Weil dir keiner runterkommt Da kommt doch schon Er hätte nur den Scheiß Schocki von meinem Kopf runter schießen müssen Oh Wie sie Alter geht's Na Ey es ist doch Auf zu hummeln Ja hummeln Ja hummeln Was macht sie denn da? Geil Wir machen einen Schefer schlecht Was macht die jetzt schon wieder? Tink 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 wenigstens Deckung was macht ihn so in diesem Fall hat bitte irgendjemand Molotow ne leider nicht er ist auch nicht zu Penner wenn ich bin er wird er ist tot er heißt es gibt es doch hier nicht es kann nicht so schwer sein diese scheiß Kanister zu holen acht Stück nicht eingefüllt Prozent er hat die ein gut der Europäer von Smoker und die Verkürzung sein so amüsanter steppt man zweiter zu folgen wenn die vierte sie kommen wird immer wieder um es sind nach der menschlichen wo sei es nicht abhängig die um die Kugelsbecken ich bin bei der Lieblingsanlage ich bin bei der Karte die Klinik und der Klusse das war und das sei ein kleineser Und dann gehen wir in der Vierergruppe los. Zwei holen die Dinger und zwei geben Deckung. Nee, aber mit mir darf ja keiner mitgehen. Ist doch gut so, weil du belebst die Falschen hier. Das hat doch ganz gut geklappt, dass ihr euch nur darauf konzentriert habt, die Charger kaputt zu machen. Was hast du eigentlich gegen mich, Timo? Ganz im Ernst, was hast du eigentlich gegen mich? Nix Effektives. Mach mal auf, was hast du gegen mich? Okay, was solltet du nicht haben? Ist total irgendwie der Arsau. Sieht total beschissen aus. Kann man doch hier umlaufen. Seidens deine Stimme. Ist so viel. Können wir mal weitermachen oder habt ihr euch ausgezickt? Er wollte doch was hören. Also, dann müssen wir doch was bieten. Der ist besser. So. Es ist so geil, Jungs. Es ist einfach so genial und so lieb von euch. Dass ihr schon wieder einfach... Wer ist da? Einfach loslauft hier. Guck, Pfeil läuft. So. Guck, Pfeil. Es ist schlimm. Meine Güte. Ich dachte, das ist ein Teamspiel. Ich mach' aber... Ist ernsthaft. Gab aber mich vor Bein oder ausgesperrt hat. Guck, komm. Guck, geh rein. Guck, geh rein. Tschüss. das Schrotland und die Fressen 8 was soll ja alles Frieden alle drauf der Fall Himmel her was jene mehr wenn ihr besorgt in der Spur am besten ein im halben ich mag die Schritte nicht aber hier als Trotz auch hier rausgehen das einfach mal deutsch geübt wird wird so wie gehen wir jetzt wo gehen wir jetzt ich gehe woanders wir wollen die beiden sicher ja das kann man hier warum wichst du die Horde ich hab keine Horde geweckt natürlich Incoming ich werde die Dinge ablegen das heißt ich habe einen so ab ab die wir gehen an um die wir wollen doch zusammen losziehen jetzt auf einmal nach oben mir geht's gut ich dachte wegen der Aussage du kriegst einen doch aufs Maul ja auf einmal ich glaube das klappt auch so DJ viel Erfolg viel Erfolg Leute da hier warte Wolf Comeback Ne Fibrillator Aua Tank oder ein Charger Ne Tank Groß und es wirft etwas ist ein Charger Aua und ein Charger was zur Hölle der Führung des Spins D 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 H L D D D Wir brauchen es nicht, wir brauchen es nicht. Timo ist okay. Gabba, Gabba! Ja, ich komme! Ich komme! Rücken wir nach dem Bedeutung anstecken. Anteil! Nein! Er marschiert nicht! Hat den, hat den! Wir sind zu! Warte mal! 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 Schieben, wieder runter! Nenn du den, nenn du den! Ich kann ihn weitergehen! Verarztest mich da hinten! Na wo? Das ist auch schlecht! Ich hab leider davon nicht gekreilt! Leute, wo verarztest du? Da waren Medi-Packs geliehen! Hier lagen noch einen Medi-Pack rum! Kannst du mich hoch? Wenn du da raus kommst, gerne! Wenn du da raus kommst, gerne! Mich kann man grad nicht wiederbeleben, eigentlich! Beweg dich doch mal! Komm her! Mit euch nicht bis allen auf! Ne! Hier mal Zombies sein! Nein! Feiler! Geil! Gut! Divo! Divo! Und das ist die Wunschung! 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 Im Moment, der Mann mit mir, aber ich bin so nicht, dass ich bin, amtes enen Tod! Und dann gehen wir, diese Pelle! Die Empfelten hoch! Mir so ein geiles Leben! Komm schon, 8553 buddy, das Monka! weil die mich jetzt voll verarschen jungs ja ich habe noch mal aber er hat ein paar jahre nach vorne wie denn weiß ich nicht oh mein jahr hat mein armes jahr hat ich weiß es soll irgendeine kuschibus die sprache sein aber ich verstehe sie nicht mein armes jahr ist der anfangsbuchstabe von meinem namen der johanna katar die du bist so ein genie der aufbombe h angriff Niki Angriff Ich schlag da nicht so auf die Frau, was machst du? Ich schlag so, was machst du Primo da hinten? Lauf! Lauf! Lauf einfach weg Ja, lauf einmal zu Hilfe! Sagt mir doch mal einer, dass ihr aufmacht! Ich steh da nichts an! Ähm, Mädels? Womann kannst du eigentlich? Ey, ihr wisst nicht! Womann? 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 Alter! Ich weiß auf jeden Fall, wo ich jetzt das erste Hinrede und mir war schnell! Ich finde, da sind zu viele Kanister und man diesen zu weit ausgerübt hat Kompleter Vierer-Trupp los! Ne, dann dauert es zu lange! Das dauert zu lange! Du kommst du nicht mit? Natürlich! Na gut, dann gehen Pfeif und Gabba nach rechts und ich und Janine nach links! Na also! Danke! Erstmal als einfaches! Ja, aber komm, wir gehen da hinten hin! Achso, dann gehen die beiden hin! Wir gehen ins Haus! Du nimmst den unten, ich den oben! Komm, wir gehen hier rein! Das ist der schöne Anfall von mir! Wir verstehen uns blind! Du findest... Ich wollte ja sie da hinten hinwollen, aber okay! Auf geht's! Auf geht's! Na, 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 na! Also wir haben so 15 Kiste gewonnen! Was für euch? Ich hab sie gerade im Faden abzubringen! Schau, die haben schon wieder Probleme! Wir gehen da hinten hin! Die haben schon 15 Knissen hier von Knoten! Ich will jetzt den ganz hinten! Ähm, ja, ich... Kriegst du aus dem Maul! Ne, ich dumm bleibe hätte! Du weißt aber, wo die Millipäts fliegen! Richtig! Für jeden von uns drei Stück! Wenn wir uns zweithalten, okay! Ich... Manchmal... Also bei manchmal verzweiflicht man einigen, ne? Ja, zum Beispiel! Zum Bleistift! Ich weiß es nicht! Irgendwie... Schon die ganze Zeit heute! Ne, er ist rechts unten, oder? Ja, ne, aber schon! Achso, wir müssen da! Geh mit zur Hütte! Was tust du? Da ist was fettes! Das ist fettes, so! Und ein Buber! Ich glaube, wir arbeiten! Oh, da sind ein paar Leute! Nein, nicht fallen lassen! Bloß nicht fallen lassen! Und auf dem drauf geht's! Der spawnt erst nach Ewigkeiten wieder! Das ist grausam! Und auch nicht am Boden hinfallen lassen! Wenn es geht! Weil, wenn der Tank draufschlägt, dann sind die auch... Bumm! Ne? Ist durch! Ich mein' ja nur! Ich kann mit dem... Ich heil' nicht mal! Ich heil' nicht mal! Ich heil' nicht mal! Ich heil' nicht mal! Ich heil' nicht hinter dir! Also, geh mal hinten links, oder? Ja, hinten links! Weißt du, meine Richtung hinten, ne? Ne, das andere hinten, was du meinst! Ich lebe da! Vielleicht sollten wir bei uns gleich mal verarzen! Wir haben nicht mehr viele... Jenny? Ich heil' nicht mehr, die! Ich heil' nicht mehr! Ich heil' nicht mehr! Ich heil' nicht mehr! Ich heil' nicht mehr! Mach mal den Tank drauf! Was? Den Tank! Don't take a chair! Charger! Ja! Komm her! Nein, Scheibenkleister! Das blästere Zombie? Wer hat es da in die Kamiste geklossen? Ohhhh... Ich war es nicht, ich... Du, ich weiß gar nicht wer es war!